Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende unseres PV-Marktplatzes, unserer Hausmesse 2024. Wir sind überwältigt von dem Erfolg, von dem Zuspruch, fast 1000 Besucher, glückliche Lieferanten, viele glückliche Kunden, tolle Gespräche, tolle Vorträge, zwei Tage voller Energie, tolle Feier gestern Abend noch, rundherum Begeisterung und wir freuen uns schon auf das nächste Mal und wie ich gehört habe, all unsere Kunden, Kundinnen und Lieferanten auch, bis 2025. Also den PV-Marktplatz würde ich als sehr innovative Zusammenkunft verschiedener Systemhersteller, Anbieter beschreiben. Total interessant, es sind viele große Hersteller da. Wir haben uns heute über Novitica nochmal ein bisschen informiert, waren bei Huawei auf dem Stand, bei SMA auf dem Stand. Viel zum Reden, es ist einfach interessant und innovativ. Das Gebündel, so viele Informationen an einem Ort zu halten, ist fantastisch. Es ist auch irgendwie eine nette, so familiäre Atmosphäre. Es ist nicht wie auf anderen riesigen Messen. Definitiv ja, weil der direkte Kontakt zu den Herstellern einfach super ist und man das direkte Gespräch suchen kann und wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Wir sind extra aus Würzburg angereist. Wenn wir aus Hamburg gekommen wären, hätte es sich immer noch gelohnt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.